Eines habe ich wirklich aus meiner ersten Ehe gelernt. Der Erfolg einer Ehe kann und darf nicht erarbeitet werden. Es darf nicht nur eine Last sein, sondern muss etwas sein, wonach man sich sehnt. Fanny? Fanny Moro? Ich habe jemanden getroffen, den ich seit der Schule nicht mehr gesehen habe. Ich kann nicht glauben, dass du mich erkannt hast. Ich hätte dich überall erkannt. Nein. Dass wir uns hier treffen, ist so irre. Wenn er mir damals gesagt hätte, dass er mich mag, was wäre passiert? Vielleicht wäre mein Leben dann ganz anders. Warum? Willst du denn ein anderes Leben? Was ist passiert? Ich weiß gar nicht, warum ich dich anrufe. Mit wem hast du telefoniert? Wann? Na vorhin, ich habe dich gehört. Du klangst zu gestresst. Was mache ich nur? Warum muss ich immer an dich denken? Auf jeden Fall kannst du von Glück sagen, dass du einen Mann hast, der dich auf Händen trägt. Bist du allein? Ja, mit meiner Zeitung, ja. Bist du glücklich mit deinem Mann? Ich dachte, aber ich weiß es nicht mehr. Was mache ich denn nur? Ich habe so schreckliche Schuldgefühle. Ich rede mir die ganze Zeit ein, dass es nur ein Abenteuer ist und ich schon noch liebe. Du bist sicher, dass nichts verdächtig ist. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, du willst damit nicht irgendwas andeuten. Sind Sie sicher, dass Sie die Wahrheit wissen wollen? Ob ich sicher bin?